Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück beim MicroHalzTV zur 100. Folge vom Ransom-Molator. So und wie ihr seht sind wir immer noch dabei immer noch Miguel, ne? Alles gut, ich bin einfach still am entladen. Und wir sind halt immer noch dabei, hier unser Fleisch auch zu sammeln, damit dann diese Scheune eventuell auch einen anderen Zweck kriegen kann. Müssen wir mal schauen dann. So, nächste Truhe ist fertig. So. Oh, ich hab noch Perkel nicht behäutet hier. Perkelhäuten. Ich hab vor meinem NKW ein Stück Fleisch gefunden. Äh, ja. Ich fühle mich wie er jahre, aber das ganze Fleisch verarbeitet ist. Das war mir von Anfang an schon bewusst. Wir haben ja auch. Das könnte dauern. Da... Uwe hält drauf wieder voll. Da... Ach so... alles nur mit fleisch ich will gar nicht wissen wenn alles verarbeitet ist wie viel das geben wird aber wir müssen auch so lange die milch produktion definitiv einstellen diese produktion weil die ganze vergessen das funktioniert sonst nicht mehr irgendwann haben wir den ganzen lkw nur voller kisten gehe ich mal von aus aber wir müssen einfach einmal täglich verkaufen egal was drin ist es wäre schon krass mit multiplikator 2 ja dann kommt wenn alles fertig ist ich habe ich überlege halt ob ich dann irgendwann wenn es dann halt ziehe ist ja dann nicht mehr so viel dann noch pferde nebenbei ich hatte tatsächlich überlegt gewächs auszumachen tatsächlich könnte man machen aber nicht sofort jetzt ist erstmal schwein weg bringen angesagt aber man denkt ich dass sie voll die 100 zur folge ging jetzt doch schneller als man erwartet hat ja wir haben auch mehrere wochen ausgesetzt ja durch zeitbanken sehen wir uns nur ja deswegen ich kann aber sagen am heutigen tage ist auch der release vom landwirtschaftsmodell 25 erscheint ja heute die mensch dahin wird von uns zumindest am samstag den stream dazu geben und der dieser wird auch das neue multi play mit eis lightning und nils und natürlich mir einleiten wobei bei leiten bin ich mir nicht sicher weil leitling hat aktuell noch nicht aber nils 1 und ich sind mittlerweile besitzt müssen davor haben zuvor bestellt einmal so also wir sind quasi am samstag auf jedenfalls weit in mutter unterwegs sind landwirtschaftsmodell also schaltet da gerne ein dann wird auch so wie jetzt vom rente wöchend bitte jeden tag eine folge geben quasi außer an den tag man jetzt spiele mit stream und an den tagen nach nach dem stream aufnehmen aber als ihr auf die verauffasst vom landwirtschaftsmodell von uns kommen dazu also schaltet dann auch gerne ein am samstag fang mal ein lkw zu beladen ja gut kriegt die kisten gerade aus irgendein grund nicht gerade hingestellt bin gerade so doof dafür aber auch sein weil ich die falschen glaube ich habe alle fleischstücken weg wie viele juli jetzt ein fleischstück damit die kiste voll wir müssen bestimmt irgendwo ein fleisch außen tatsächlich nicht okay der letzten kisten hat wir ein stück fleisch bis die kohle damit die voll wäre wo habe ich irgendwas übersehen keine ahnung gleich habe ich den lkw auch ein bisschen sehr weit rein gefahren aber glaube ich eigentlich nicht okay da ist ein filter ein stück der streiten der spur wie viele lehrer haben wir noch 123456789 1012314 ja okay dann jetzt ein stück haben wir noch ach ja aber der stadt ist leer ich reise jetzt mal in die trüge gehabt ne ja die brauchen wir ja dann nicht mehr genau wir sollten mal gleich die silos überprüfen ja ich meine größte verbraucher selbst weg ja aber ich meinte 1 und 30 kisten fleisch ja das könnten wir da und zwar wenn so video check ist dir eigentlich bewusst dass du ein teil der ziege abgeschnitten hast vom rest der ziege die deshalb ihren vorn kommen ich habe eigentlich alle bereiche offen gelassen doch bei mir ist das tor offen ich habe alle tore offen gelassen alle drei stück bei mir waren alle weil die vom futter unten sind egal die können ja jetzt überall die kommen ja jetzt überall an die trüge dran so ich habe melke mir noch nicht eingeparkt ja hier mit dem fall noch mal eben shoppen dann fahr mal ran in die gute stube dann fahr mal ran in die gute stube ja 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 von anderen seite angefangen direkt eine rindfleisch durch die rausnehmen mal eben verarbeiten kannst du gerne machen meine nehme ich mit ach ja so ja ma ja ma ja 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 vielleicht wollte man dem gebäude vielleicht auch noch ein bisschen anpassen sag ich mal so ne so wie jetzt ist es noch nicht so ganz gefällt ja kannst du ja machen da muss ja immer shoppen fahren eisen haben wir ja genug ja aber holz nicht aufdauernd die maschine auf zu nehmen lkw wäre leer ok Den Button da zu verarbeiten, das könnte ein bisschen dauern. Naja, es ist um 19 Uhr, das ist jetzt auch nicht mehr loszufahren. Deswegen. Würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schlafen. Ich fäng jetzt erstmal auf. Ja, genau. Mach das. Dann ist es rennt mich weg. Einmal falsch. Einmal zu schnell geklickt. Ja. Macht ja nichts. Ja, ist ja nur eins. Genau. Dann düse ich einmal rüber. Ja, dann gehen wir uns ins Bett. Sofern wir nicht schlafen können mit 19 Uhr, ich hoffe. Ich glaube nicht. Aber wir werden es sehen. Doch, können wir. Liegst du? Ich liege. Ich auch. Okay, jetzt ist es zu früh. Dann ist das ja noch zu früh, dann müssen wir warten. Einfach liegen bleiben? Nee. Die Ölfässer hier noch, die Farben. So. Ja, Einkaufen braucht es auch nicht. Ich glaube, es ist 20 Uhr, dann meine ich. Ich muss halt überlegen, wie ich das jetzt mit den Ziegen dann mache, weil ich muss dann theoretisch gesehen bei mir auch mal im Umbau starten, ne? Ja, genau. Weil dann kann ich bei mir einen größeren Umbau starten und warum will man jetzt? Glaubt, dass ich die obere Ebene dann tatsächlich sogar abreiße. Okay. Obwohl, nee. Ich habe jetzt oben meine Produkte. Ja, ich weiß nicht, was ich unten jetzt machen soll. Was ist das? Machst du weh? Also jetzt keine Flashbrug zu meinen, sondern ich bastle ja unten in dieses Sworder, bastle ich die Mag-Station rein. Ne? Meinst du jetzt da, wo dein... Da, wo aktuell das Quatsch steht. Da mache ich den Durchgang rein, quasi, ne? Mhm. Und da wird in der Stalldurm herum gebaut und da kommt dann die Mag-Station in den Scroll rein. Okay. Ne? Dann führe ich immer eine Kuh hier rein, melke die und lasse dann die andere Seite laufen. Und dann halt mit Namen, ne? Die da bei dir wahrscheinlich... Ne, diesmal nicht. So, gut, dann lass uns mal schlafen gehen. So. Obwohl, oben kann ja die Produktion sein, dann könnte ich das mit den Ziegen genauso machen, ne? Ja, genau. Genau, genau. Ja. Muss ich nur die Treppe anders setzen. Ja. Ja. Gut, aber das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Rant Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es euch getan habt. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ne? Joa, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Bis dann sagen wir, tschüss, tschüss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Denne. Tschüss. Tschüss.